Hallo, das Düsseldich Nier. Willkommen zurück zu Let's Go Crash Bandicoot 2. Und wir machen jetzt das Level Totally Fly. Hey, es hat sich geräumt. Das hört sich nicht böse an. Das ist mein Untergang. Oh mein Gott. Das Licht hat mich verlassen. Würdest du bitte mitkommen? Danke. Alter, ein Lichtlevel. Warum? Warum muss es sowas geben? Das ist totaler... Schwachsinn. Oh je. Oh je. Oh Gott. Ich werde so einen Spaß haben. Nicht. Äh, geh da weg. Komm mit. Du. Nein, du hättest noch nicht mitkommen sollen. Egal. Oh Gott. Checkpoint. Checkpoint. Ja, weiter. Was zur... Ich frag nicht. Ich will nicht wissen, was das sind. Für Dinger sind da so. Das hat keiner gesehen. Ich glaube, ich würde die Level, die leben noch alle in Bosskämpfen brauchen. Ich bin nämlich so schlecht. Nämlich in der Mitte mit Haar, natürlich, ne? Nein, nicht wirklich. Wir nehmen nicht in der Mitte mit Haar schreit. Wir nehmen nicht. Der älteste Spruch der Welt und so. Lay. Okay. 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 Was machst du da? Hallo? Kannst du nicht einfach wegfliegen? Ach Gott. Oh Gott. Nicht witzig. Nicht witzig? Ne, nicht wirklich. Also, einen Gang schneller, bitte. Komm mal mit. Okay. Hier drüber. Hier drüber. Das da. Mach mal schneller. Feiler. Yeah, ich hab's geschafft. Yeah. Baby. Made it. Baby. Fail it. Ja. Muss ich das nochmal machen? Nein. Okay. Fail. 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 Das war einfach nur ein sehr großer Fail. So. Gott. Da ist ein... Da sind... Bauchklatscherkisten. Das war jede Menge. Ach du Kacke, ja. Jetzt ist es dunkel. Da hab ich noch eine kaputt gemacht. Da hab ich eine kaputt gemacht. Irgendeine fehlt noch. Da hab ich eine kaputt gemacht. Verdammt. Wie soll ich das so schnell machen? Okay, okay. Ich möchte das Ding hier noch nicht haben. Ich weiß... Irgendwur müssen noch welche sein. Eins. Zwei. So, jetzt. Komm mit. Wo sind die restlichen hier? Eins. Zwei. Passt. Rennen. Oh Gott. Alter, wie kurz hab ich die denn? Wie schön ist das denn? Okay, es sind noch insgesamt sechs. Richtig? Auf jeden Fall die zwei. Das hier. Und das hier. Wenn da ein Stückchen weitergehen, sind hier zwei. Eins. Zwei. Drei. Vier. Okay, ich hoffe, das waren jetzt alle. Ja, perfekt. Oh mein... Alter! Ja, super. Ich brauch jetzt auch nicht mehr. Du wirst Ding. Du. Du wirst. Oh Gott, okay. Ja, das hätten wir auch geschafft. Sehr gut. Ein weiterer Erfolg. Du hast nur den Kisten-Istern noch. Sehr gut. Okay. Dann geht das ja. Ja. Okay, Crash. Mhm. Wow, wir haben schon ziemlich viel, würde ich sagen. Wie viel Prozent haben wir denn? Oh, 60. Geil. 24 von 42. Ja, nice. Und uns fehlt nur noch der... Ja, na da. Na, nicht in das Level. Das ist das Falsche. Stepp. Hier rein musst du. Gut, wir kriegen das bald durchgespielt. Irgendwann. Vielleicht. In zehn Jahren. Okay. Okay, im Moment. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Ja. Hab ich gut gemacht. Nicht? Bäh. Okay. Hier. Kommt. Ich sag immer Maus zu den Dingern. Ich weiß nicht, was ich darstellen soll. Ich nenn die Dinger. Mäuse. Hab ich grad die Fässer gedreht? War ich wirklich so blöd und hab die Fässer gehabt mit gedreht? Ach Gott. Oh, bitte. Kommt. Kommt. Hab der über die Fresse. Bitte ganz fest. Ich krieg dich nicht mehr. Ich bin so dumm. Ich stelle mich grad so wie der letzte Vollidiot an. So, ich mein's ernsthaft. Ich sterbe nicht, weil das... Ey, das sehe ich jetzt so. Ich sterbe nicht, weil das Spiel... Unfair und gemein ist. Nein, ich sterbe wegen meiner eigenen Dummheit und Unfähigkeit. Oder ich kann nicht mal mehr reden. Da, da, da. 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 So, hier ganz viele Sachen kaputt machen. Way, es macht ja so einen Spaß. Check. Oh, und hinten war nichts. Nein, hinten war nichts. So, dann hängen wir uns mal da dran. So. Und hier. Und hui. Kaputt gemacht. Und hui. Kaputt gemacht. Gleich fängt's wieder an zu lecken. Und. Hui. Hui. Geschafft. Ja. Sag doch, gleich fängt's. Ich kann das auch mal nicht hin. Fängt's wieder an zu lenken? Hatte ich ja gesagt. Ist doch eingetroffen. Mann, ich kann das. Yeah, yes, Mann. Ich kann das. Boah, das war jetzt aber einfach nur peinlich, okay? Darüber wollen wir jetzt gar nicht sprechen. Also, das ist echt peinlich. So. Dann lass mich mal. Dadurch. So. Perfekt. 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 Oh nein, hör auf zu lenken. Hör auf zu lenken, verdammt. Oh nein. Oh Mann, ich kann das doch nicht. Ich hab das Timing dafür nicht raus. Oh, ich bin so göttlich. Alle zerstört. Perfekt. Checkpoint. Da hinten war keine Kiste noch. Nein, okay. Da wollen wir nicht nochmal runter. Da waren wir ja gerade. Da wollen wir aber runter. Dann lasst mich mal sehen. Was haben wir denn diesmal für ein kleines Bonuslevel? Und hopp. Und hopp. Und hopp. Ha. Skillt. Ich nenn das eigentlich Lack, aber. Skillt. Alter. Übidee. Oh Gott. Wer hat das Bonuslevel-Design? Ich möchte ihn gerne kennenlernen. Das war Fail. Ich komm dann nicht mehr. Ach du Gack. Das wird schwer. Das wird schwer. Und das wird definitiv nicht einfach. Okay. Also. Crash. Dank. Was machst du da? Verdammt. Nicht so ganz so skillt, aber auch in Ordnung. Okay, Crash. Gut. Und hierfür müssen wir uns was ausdenken. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Sieben. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Eins. Zwei. Drei. Vier. Jetzt hab ich mich verzählt. Verdammt. Oh Gott. Eins. Zwei. So. Ich muss zählen. Sonst komm ich da nicht hinterher und kann nicht mehr nachdenken. Ah. Ich. Oh Gott. Warum bist du nicht kaputt gegangen? Nein. Auha. Ich lerne das nicht, dass das weh tut. Das bewusstlebe doch auf mir hier genervt. Und das war so ne geile Taktik und ich mach sie mir wieder kaputt. Boah, mach schneller. Mach hinne. Boah, ich bin dumm. Sorry. Äh. Ist wirklich dumm. Warum hast du ja nicht Crash? Warum hast du nicht Crashina? Ich würde dich hier genauso gut fragen. Hey, warum hat der ne blaue Hose an? Warum keine lila ne? Oder gelbe oder rote oder... Weiß ich. Warum ist der ein Bandicoot? Warum ist der kein Wuff-Wuff? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich hab keinen Bock mehr aufzählen. Eins, zwei, drei, vier, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Oh Gott, göttlich. Okay, das war ziemlich knapp. Und weil es geleckt hat. Wenn ich jetzt sterbe, raste ich aus. Okay, geht mal kaputt. Das hat Bogen gemacht. Es kam ziemlich viele Nitro-Küsten. Oh mein Gott. Leute, wir sehen uns hier das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.